Das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Punkt beim Älterwerden. Eine vitalstoffreiche Kost soll es sein, die gekennzeichnet ist durch eine Reihe von wirklich interessanten Gemüse- und Obstsorten. Das in erster Linie, weil wir nämlich mit zunehmendem Alter einfach mehr mit oxidativem Stress zu tun haben, sprich mit einer Belastung mit vielen freien Radikalen, die unsere Zellen schädigen und vorzeitig alt werden lassen. Und da gehören natürliche Radikalfänger Antioxidantien dazu, die wir zum Beispiel finden im Granatapfel oder eben auch in den Traubenkernen, in den Traubenschalen, im Brokkoli, in der Ananas oder auch in der Papaya. Nicht zu vergessen, Ingwer und auch die Gelbwurz ist hier namentlich zu nennen. Denn in all diesen besonderen Früchten stecken diese Radikalfänger drin. Und wenn wir uns jetzt vielleicht mal überlegen, wie eine solche Empfehlung umgesetzt wird, nämlich mindestens fünf bis sieben Portionen Obst und Gemüse am Tag zu verzehren, dann sieht es im Allgemeinen sehr schlecht aus. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung, das haben offizielle Ernährungserhebungen gezeigt. Essen nicht diese 400 Gramm beispielsweise Gemüse pro Tag und auch beim Obst erreichen wir nicht die Zufuhr Empfehlungen. Das ist ein großes Problem, dass wir eben diese Früchte und diese Gemüsesorten nicht direkt frisch im Garten ernten können und eben Verluste hinzunehmen sind. Wer das nicht schafft, sich immer frisch mit diesen besonderen Früchten zu versorgen, der kann durchaus auch zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, sollte aber darauf achten, dass er eben Nahrungsergänzungsmittel wählt, die jetzt nicht nur klassischerweise aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bestehen, sondern besonders interessant, gerade im Bereich der Radikalfänger, sind die bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe. Das heißt, ein solches Nahrungsergänzungsmittel sollte idealerweise aus ganzen Pflanzenextrakten bestehen, zum Beispiel eben einem Ananasfruchtextrakt oder einem Granatapfel-Extrakt, einem Brokkoli-Extrakt. Also eine bunte Mischung, die durchaus eben auch natürlich in Kapseln angeboten wird und das ist auf jeden Fall besser, als nur auf eine reine Vitamin-Mineralstoff-Mischung zu setzen.